Brandenburg an der Havel Brandenburg an der Havel ist eine Stadt im gleichnamigen Bundesland Brandenburg. Sie liegt 70 Kilometer westlich von Berlin und wird durch die Havel, die vier Kilometer unterhalb der Plauerschen See bildet, in die Alt- und Neustadt geteilt. Einen dritten Teil bildet der sogenannte Dom oder Burg Brandenburg auf einer Insel des Flusses. Alt- und Neustadt waren früher getrennte Städte, wurden aber 1715 unter einen Magistrat vereinigt. Sam-Pipe-Symbol 400 BX-Pipe-Symbol Blick über die Neustadt mit St. Katharinen und Pauli-Kloster. Hintergrund Die Burg Brandenburg wurde im Winter 927 auf 928 von König Heinrich I. den Havelern abgenommen. Otto I. stiftete hier 948 ein Bistum, das zuerst dem Erzbischof von Mainz untergeordnet, 968 dem neu errichteten Erzbistum Magdeburg zugeteilt, aber schon 983 durch die heidnischen Wänden wieder vernichtet und dann durch Albrecht den Bären 1153 von neuem hergestellt wurde. Nachdem 1539 der Bischof Matthias von Iago zur evangelischen Kirche übergetreten und 1544 der katholische Gottesdienst im Dom eingestellt worden war, wurde das Bistum bis 1598 vom Kurfürsten administriert, dann aufgehoben und die Stiftsgüter teils in kurfürstliche Domänen verwandelt, teils an Adelige veräußert. Doch blieb das Dom-Capital, welches erst 1810 gesetzlich aufgehoben, aber 1826 wieder erneuert wurde. Von den zwölf Domherrenstellen, welche sämtlich vom König verliehen werden, gehörten seitdem neun dem Adels- und drei dem geistlichen Stande. Im November 1848 wurde der Sitz der Preußischen Nationalversammlung nach Brandenburg verlegt, wo sie am 27. November eröffnet und am 5. Dezember 1848 wieder aufgelöst wurde. Mit dem Flugzeug der nächste Flughafen ist er, etwa 90 Kilometer. Mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man die Stadt in ca. 1 bis 1,5 Stunden erreichen. Mit der Bahn vom Hauptbahnhof hat eine sehr gute Bahnanbindung Richtung Berlin, Fahrzeit vom Hauptbahnhof ca. 45 Minuten, und Potsdam, Fahrzeit ca. 20 Minuten. Züge verkehren tagsüber zweimal pro Stunde. Aus Richtung Magdeburg, Fahrzeit ca. 50 Minuten, fährt stündlich ein Zug. Brandenburg liegt im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Darüber hinaus wird Brandenburg vom Regionalverkehr und einigen IC angefahren. Direktverbindungen bestehen u.a. aus Hannover. Vom Hauptbahnhof aus erreicht man die Innenstadt am besten mit der Straßenbahn der Verkehrsbetriebe Brandenburg, Linie 6 bis Neustädtischer Markt. Weitere Bahnhaltepunkte sind Brandenburg-Altstadt und Gürtten, auf der Strecke nach Rathenow. Mit dem Bus aktuelle Fahrpläne www.regiobus-bm.de Auf der Straße mit dem Auto erreicht man Brandenburg über die Autobahn A2, Anschlussstelle Brandenburg. An dieser Stelle sei vor den beiden stationären Blitzern gewarnt, die auf dem Weg in die Stadt an der Straße stehen. Wer aus Richtung Hannover-Magdeburg kommt, sollte der A2 schon an der Anschlussstelle Wallin verlassen und durch den Ort Wenzloh-Gröningen in Richtung Brandenburg fahren. Auch die Bundesstraßen B1 Botsdam, Magdeburg und B102 Rathenow, Jüterbock führen durch die Stadt. Mit dem Schiff da die Stadt vom Wasser umgeben ist, kann man natürlich auch per Schiff anreisen. Linienverkehr gibt es zwar nicht, es legen jedoch regelmäßig Flusskreuzfahrtschiffe in der Stadt an. Mit dem eigenen Boot kann man ebenfalls anreisen, entlang der Havel gibt es diverse Anlegemöglichkeiten, auch im Innenstadtbereich. Mobilität Die Stadt wird von den Bahnen und Bussen der Verkehrsbetriebe Brandenburg bedient. Kirchen Erwähnenswert sind weiterhin Bauwerke Unmittelbar daneben steht das gotische Straßen und Plätze Altstädtischer Markt Neustädtischer Markt Verschiedenes B-Serie-Wendsee Aktivitäten Das Event-Theater veranstaltet außerdem den Brandenburger Kloster Sommer, ein kleines Theaterfestival, das seit 2001 jährlich im Juni und Juli in Brandenburg an der Havel stattfindet und über regionale Beachtung genießt. Das Besondere ist, dass das Event-Theater die Stadt bespielt. Spielorte waren bisher und andere das St. Pauli-Kloster, der Dom zu Brandenburg, das Schloss Plaue und das Ausflugs-Lokalbohnenhaus. Der Brandenburger Kloster Sommer verbindet Operette, Musik-Theater, Schauspiel mit kulinarischen und touristischen Angeboten und schnürt daraus Erlebnispakete. So wird 2016 das Musical My Fair Lady im Ausflugs-Lokalbohnenhaus aufgeführt. Das dazu buchbare Erlebnispaket umfasst eine Dampferfahrt von Brandenburg an der Havel zum Bohnenhaus und zurück, ein Kaffee-Gedeck vor und ein Grillbuffet nach der Vorstellung. Außerdem wird 2016 ein neuer Spielort erschlossen, die St. Johanneskirche, die noch 2015 zur Buga als Blumenhall diente. Hier ist das Programm Sünder in Wort und Ton mit einem optionalen kulinarischen Angebot vom Genuss-Catering zu erleben. Einkaufen Das zentrale Einkaufszentrum ist die Unterkunft Das Buchungsportal der Stadt Brandenburg bietet leider nur eine relativ kleine Auswahl. Praktische Hinweise Die Vorwahl für Brandenburg lautet 03381. Die Postleitzahlen sind 14.770 bis 14.778. Mit dem Fahrrad Werder, Havel, Ketzinauen Mit der Bahn eventuell kombiniert mit dem Fahrrad, Potsdam Rathen und Magdeburg Berlin Nachbargemeinden B.C., Gemeinde, B.C. Heide, Roskow, am B.C. Großkreuz, an der Havel oberhalb von Brandenburg-Havelsee, Milu, an der Havel unterhalb von Brandenburg-Kloster Lenin, Wollin, Wenzloh, Rosenau, südlich der Havel Wusserwitz, Bansdorf, am Elbe-Havel-Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020